Heute geht es darum, wo du Rick & Morty schauen kannst. Vergesst dich, diesen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Du kannst Rick & Morty ganz easy auf Amazon Prime schauen. Da kannst du die Folgen kaufen. Ansonsten kannst du die 5 Staffeln auf Netflix schauen und kannst es auf Wow, also vom Streaming-Anbieter Sky schauen. Und du kannst es auf Sky Go schauen und du kannst es auf Apple TV kaufen, auf Google Play kaufen und auf Microsoft kaufen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein Leute und ciao.